Und bringst du es den Kindern bei. Weisst du was ich meine? Ey, pass mal auf! Du Pisser. Habe ich mich erschreckt gerade. Fahr weiter, du Pisser. Das mit den Karren, was da gerade war, keine Ahnung, was das war. Aber, Peter, hör zu. Hör zu! Ich weiß, dass das dich aufgeregt hat. Aber komm mal runter. Komm runter! Komm runter!